Der kleine Vampir im Jammertal von Angela Sommer-Bodenburg Gelesen von Katharina Thalbach Mit Musik von Henrik Albrecht Eine Produktion des Argon Verlags Es war der 7. Dezember Ein grauer, trister Tag Und genauso düster und trübselig war Antons Stimmung Er saß am Schreibtisch Hatte die Lampe eingeschaltet Und starrte missmutig auf den leeren, weißen Bogen Der vor ihm lag Seine Mutter hatte ihm den Tipp gegeben Einen Wunschzettel für Weihnachten zu schreiben Als Mittel gegen seine schlechte Laune Wie sie gemeint hatte Aber Anton freute sich kein bisschen auf Weihnachten Und der Gedanke an einen geschmückten Tannenbaum Unter dem Geschenke lagen An eine gemütliche Weihnachtsfeier Mit leckerem Essen und mit Spielen Bereitete ihm nur Magenschmerzen Anna und Rüdiger Seine besten Freunde Stand vielleicht das schlimmste Weihnachtsfest Ihres, ähm, Lebens bevor Und dann konnte Anton Unmöglich vergnügt sein und feiern Mit zittriger Hand schrieb er Ich wünsche mir Dass Anna und Rüdiger zurückkommen Sie sollen wieder in ihre alte Gruft einziehen Und Geiermeier und Schnuppermaul Sollen versetzt werden Auf einen Friedhof Am anderen Ende der Welt Als er das geschrieben hatte Fühlte er sich schon etwas besser Er ging an den Schrank Und suchte unter seinen Pullovern Nach dem alten, löchrigen Vampirumhang Den Anna ihm zum Abschied gegeben hatte Der bleibt bei dir Hatte sie gesagt Damit wir uns nicht verloren gehen Seitdem waren schon viele Wochen vergangen Und Anton hatte sie erst Ein einziges Mal wiedergesehen Das war am Abend Nach dem Umzug der Vampire Ins Jammertal gewesen Anna war in großer Eile gewesen Und hatte ihm nur berichtet Alles wäre gut verlaufen Und sie wohnten jetzt In einem Seitenflügel der Ruine Es klopfte Erschrocken richtete Anton sich auf Was ist? Rief er unwirsch Ich bin noch nicht fertig Mit dem Wunschzettel Doch statt einer Antwort Wiederholte sich das Klopfen Und jetzt merkte Anton Dass es nicht von der Tür kam Jemand klopfte an sein Fenster Leise und vorsichtig Anna! Mit einem erstickten Aufschrei Lief Anton ans Fenster Und riss den Vorhang So heftig zur Seite Dass die Vase Mit den getrockneten Blumen Krachend zu Boden fiel Aber die schwarz gekleidete Gestalt Dort draußen war nicht Anna Auf dem Fenster Sims Saß Rüdiger Der kleine Vampir Und musterte Anton Mit einem freundlichen Grinsen Bei dem er seine spitzen Kräftigen Eckzähne entblößte Der Anblick der messerscharfen Vampirzähne Verbunden mit der Enttäuschung, dass es doch nicht Anna war Ließ Anton wie erstarrt dastehen Währenddessen pochte der Vampir Ungeduldig an den Holzrahmen Ey, mach auf Oder soll ich hier festfrieren? Rief er mit dumpfer Stimme Nein! Verlegen öffnete Anton den Riegel Und der kleine Vampir kletterte ins Zimmer Er hatte tiefe Schatten unter den Augen Und seine Lippen waren schmal und blass Richtig blutlos Anton spürte, wie ihn ein Schauer überlief Rüdiger war doch nicht etwa zu ihm gekommen um Keine Sorge, sagte der Vampir heiser Ich will nur den Umhang holen Den Umhang? Tante Dorothea hat beschlossen, Inventur zu machen Inventur? Ja, ungefähr alle fünf Jahre kommt sie auf die Idee unserer Habseligkeiten zu zählen Diesmal wird sie allerdings schon nach zwei Jahren von den Riegel